Stephanie Hertel und Lenni Lennar, ein Traumpaar seit über zehn Jahren. Die Schlagermusikerin erinnert sich im Interview mit Bunte an die magischen Anfänge ihrer Beziehung. Nach ihrer Scheidung von Stefan Mross treffen sich die beiden bei einer Veranstaltung und es funkt sofort. Stephanie glaubt, dass sie ihren Wunsch nach dem richtigen Partner ins Universum geschickt hat. Das erste Treffen ist für sie Liebe auf den ersten Blick, einfach ein perfektes Match. Stephanie betont, dass jeder seine Fehler hat, aber mit Lenni sei es absolut perfekt. Auch nach zehn Jahren Beziehung ist ihre Liebe immer noch genauso stark wie am Anfang. Stephanie hofft, dass viele Menschen solch eine unfassbare Liebe erleben können. Vor Lenni war sie sechs Jahre mit dem Sänger Stefan Mross verheiratet und hat mit ihm eine Tochter. Eine weitere prägende Person in ihrem Leben war ihr Vater, Eberhard Hertel, der vor wenigen Wochen verstorben ist. Der Verlust schmerzt extrem und Stephanie vermisst die täglichen Telefonate und Treffen mit ihm. Um den Schmerz zu bewältigen, hört sie oft die Lieder ihres Vaters, was ihr manchmal die Tränen in die Augen treibt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017